4. Hungrys on the second battle! Alexander Koppak und der neue Führende! Ihr Applaus für Johannes Lachner und Christopher Weber! Konkletter Irrsinn hier am Königssee! Deutsche Post-Eis-Arena Königssee, das Finale! Wer gewinnt hier? Lochner oder noch Francesco Friedrich mit 1.000 Malgis? Vorsprung 12 Hundertstel nach dem ersten Lauf! Wer will die keine, die wir hoch imgeblattet hat? Wer will die Nerf auch getotet sein? Wer will die Nerf doch CR-SR, der mit dem Weitens mit der Nerf. Der mit dem Weitens! Na, hier, gehts mit der Nerf. Musik 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 Deutsche Post, die Applaus für Francesco Friedrich und Thorsten Malgis! Malgis mit Friedrich mit Malgis auf der 1. Johannes Lausner mit Christopher Weber auf der 2. Justin Crips mit Alexander Koppert auf der 3. Und die blaue Ceremony, mein lieber Basti, aus dem Auslauf direkt mit dir. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren! Und hier ist der der Sieger des Weltcups! Francesco Friedrich und Thorsten Malgis! Es ist einfach so geil hier vor zu fahren. Die freien jetzt richtig auf vorne aus dem 4. Klasse Finale. Und dann können wir ganz viel Spaß nach Korea fahren. Das ist alles super. Ja! Und dann lassen wir die Vorträge und ich zeig die Vorträge! Die Vorträge! Deutsch! Und Thorsten! Super Leistung! Kopen Sieg! Tolle Startzeiten! Super Fahrt! Also mehr kann man Thorsten mehr zusammenbringen! Ja, schaut, geht schon noch was! Also vielen Dank an alle, die hier sind heute schon! Und da ist das beste Publikum! Und dann werden sie auf einmal! Und dann wird sie hochkackern. Und dann wir die gegen die Begründung! Das ist alles. Unstensiviertel. Und dann wird sie hochkackern. Die Blumen werden übergeben vom Herrn Andreas Rathbeter, Präsident des Deutschen Popperschutzgemeins. Die Blumen werden über den Präsidenten des Deutschen Popperschutzgemeins. Jetzt heißt es wieder Jubel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Gratulation an den Sieger aus Deutschland, wobei der Präsidenten des Deutschen Popperschutzgemeinschafts, Francesco Friedrichshaus, der Beige! Auf dem zweiten Platz, dritten Platz aus Deutschland, dritten Platz, repräsentiert in Deutschland, Johannes Nacht und Christoph van Leeuwen! Auf dem dritten Platz aus Kanada, dritten Platz, repräsentiert in Kanada, Mr. Justin Grimm und Mr. Alexander Poppers! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!